Schritt 4 – Untersuchen von 3D-Ansichtsoptionen In diesem Schritt erhalten Sie einen schnellen Überblick über die Anzeigemöglichkeiten von Archicad. Es stehen zwei Engines zum Erzeugen der 3D-Ansicht zur Verfügung, die beiden Engines weisen unterschiedliche Möglichkeiten auf. Aktivieren Sie die erste voreingestellte Sicht im Ordner 3D-Ansichtsoptionen in der Ausschnittmappe des Navigators. Die erste 3D-Ansicht zeigt eine von der internen 3D-Engine erzeugte Ansicht. In dieser 3D-Ansicht wurden verschiedene Funktionen der internen Rendering-Engine deaktiviert. Aktivieren Sie die nächste voreingestellte Sicht in der Ausschnittmappe. In dieser Ansicht wurde die vektorielle 3D-Schraffur aktiviert. Diese Funktion gilt spezifisch für die interne Engine. Aktivieren Sie die nächste voreingestellte Sicht in der Ausschnittmappe. In dieser nächsten Ansicht ist auch die Transparenz aktiviert. Aktivieren Sie die nächste voreingestellte Sicht. Abschließend sehen Sie hier eine Ansicht, in der zusammen mit den vorhergehenden Merkmalen auch vektorielle Schlagschatten aktiviert sind. Das Erzeugen dieser Phase kann etwas länger dauern, da die interne 3D-Engine im Gegensatz zu OpenGL-Engine die Funktionen der Grafikkarte nicht nutzt. Aktivieren Sie die nächste voreingestellte Sicht in der Ausschnittmappe. Hier wurde der 3D-Blickpunkt mit der OpenGL-3D-Engine erzeugt, wobei einige seiner Merkmale ausgeschaltet waren. Aktivieren Sie die letzte voreingestellte Sicht. In dieser letzten Sicht sind Texturen und Transparenz aktiviert. Die Vorteile der internen 3D-Engine liegen im Erzeugen vektorieller 3D-Schraffur und vektorieller Schlagschatten. Diese Engine nutzt jedoch die Leistung der Grafikkarten nicht. OpenGL bietet Oberflächenglanzlichter, Abstrahlungen, Texturen und Transparenz. Darüber hinaus nutzt Sie die Hardwarebeschleunigung der neuesten Grafikprozessoren. Sie können jederzeit die richtige Engine mit den richtigen Einstellungen entsprechend Ihren Anforderungen auswählen.